und direkt gegenüber vom felsen an der mosel gelegen nur mit einem kleinen landstraße die eigentlich nur zu einer weinkontur führt liegt der wohnmobil stellplatz des porter goldtröpfchen jetzt muss ich mal kurz aufhören da kommt ein auto den zeigen wir euch nämlich jetzt wir lassen das auto mal kurz vorbei heute sonntag irgendwie fahren wir mehr autos als bei uns am letzten aufenthalt hier und der platz ist relativ einfach aber auch dafür relativ unkompliziert wir zeigen ihn euch jetzt mal ein thema rüber es kommt ein fahrer ich komme nicht rüber jetzt er kommt von der bundesstraße abgebogen dort steht schon ein hinweis schild das ist hier zum wohnmobil stellplatz geht auf diese kleine landstraße gefahren und direkt auf gelände fahren und euch einen platz nach eurer wahl oder der der frei ist aussuchen der untergrund ist gekiest ihr habt parzellierungen mit einem gekiesten stellplatz und entsprechend rasen für eure stühle vierbeiner oder ähnliches zu platzieren und sind auf dem platz willkommen und im übernachtungspreis enthalten mit dem übernachten preis hier ganz ganz einfach morgens und abends kommt der stellplatz betreiber vorbei und kassiert ihr könnt hier nur bar zahlen bekommt eine quittung ab april 1000 und die quittung ab den ersten vierten 2024 könnt ihr nutzen wenn ihr die im bus vorlegt könnt ihr nämlich damit kostenfrei die öpv hier nutzen die stellplatz probieren betranken 15 euro pro nacht und beinhalten den boom die entsorgung das wlan eure vierbeiner und alle personen die bei euch im mobil sitzen gutes preis leistungsverhältnis da kann man nicht meckern mit einer wunderschönen ausgleich auf die mose alle infos die ich euch gegeben habe findet ihr auch noch mal hier am infoboard direkt an der einpfad zum stellplatz mit dem wlan code noch mal der vorgehensweise wie der platz bekommt ihr habt hier verschiedene notfallnummern wo ihr einkaufen könnt im ort gibt es einen edeka natürlich verschiedene winzer es gibt zwei bäcker wenn ich mich recht erinnere und wir haben hier auch noch mal ein detailliertes verzeichnis wo ihr was einkehren könnt meine kaufen könnt und war der fußballverein spielt so um eine muss und eine muss werden wie gesagt ab ersten vierten 2024 könnt ihr mit der quittung hier kostenfrei bus fahren da haben wir es noch was in der ganzen region krier eifelkreis bittburg-krüm und mehr sauber also damit könnte natürlich einige runden drehen wir euch hier gut gehen kann können wir euch hier direkt am besten beispiel zeigen wir haben hier die die alle und den armen getroffen mit ihren drei rackern und wie ihr seht sind hunderschöne sind auch erlaubt brüllen ist auch erlaubt das können wir noch aus erfahrung berichten die beiden lassen es sich nur gut gehen und das ist das beste beispiel die stellplatz gehen sollten jetzt sagen wir euch noch eben strom und entsorgung und dann sagen wir erst mal danke für den flausch tschüss bis zum nächsten mal als wir das letzte mal hier waren was richtig weiß da haben wir da oben an der mauer und schatten gestanden die plätze sind da oben teilweise etwas schräg die sind alle etwas schräg keine sind von vorteil aber da haben auch noch gegrillt das war sie also elektro und gas ist auf jeden fall erlaubt steht auch nichts hier von ob sie mit holzkohle nicht können darf und nachts sehr sehr ruhig und ansonsten kannst du hier vorne haben wir ja eine moselbrücke von da aus auch rüber und üben bis zum aussichtspunkt wandern also von daher eine runde durch den ort drehen oder so gibt es verschiedene möglichkeiten die du hier machen kannst über den platz verteilt findet ihr hier die saubere und ordentlichen stromsäulen einfach stecker auf euren stecker rein und fertig mit wie viel ampere abgesichert ist kann ich diesmal nicht nachgucken weil das ist abgeschlossen aber für die notfall ist auch hier von dem betreuer der stromversorgung die notfallhandynummer hinterlegt also sollte es mal irgendwie zu einem kurzschluss oder so kommen weil hier kannst du die sicherung nicht selber wieder rein klitschen dann gehen wir noch zur entsorgung die zahlen wir euch noch aber guck mal wir haben damals hier gestanden auch von hier oben es muss nicht direkt am wasser sein finde ich das eine schöne aussicht und es ist hier wirklich echt ruhig man hört ein bisschen die landstraße im hintergrund aber das ist so leicht das rauschen nur in oben im oberen bereich sichtbar versteckt findet ihr den entsorgungsbereich und jetzt findet den fehler ihr könnt hier nur vorwärts bzw rückwärts in eine richtung reinfahren also egal wie ihr reinfahrt ihr müsst mit dem anderen gang wieder raus große rinne schön in der senke kann man ablassen gut dass es gepflastert ist verhindert matschige füße daneben haben wir direkt die chemietoilettenentleerung in der bekannten station wobei ich mich manchmal frage was manche unter chemietoilettenentleerung verstehen okay es gibt den knopf für die kassettenspülung und entsprechend da auch den frischwasseranschluss kostenfrei habe ich doch gesagt ich wollte trotzdem wissen auch auf der durchreise dürft ihr hier die entsorgungsstation nutzen gegen den obolus von vier euro dann haben wir hier auch schon die müllentsorgung getrennt nach kunststoffen pappe glas und für den rest ja einen container und hier vorne gibt es noch ein kleines versorgungshäuschen das ist für den platzbetreiber hier habt ihr noch infomaterial zum ort zu den verschiedenen winzern und ist keine karte ich dachte es gab mal hier auch eine kleine fahrradkarte ist momentan nicht bei wird bestimmt in der saison vom tourismusbüro wieder eis gefüllt also von daher alles da kommen wir zu unserem fazit zu diesem wohnmobil stellplatz praktisch 15 euro für alles inklusive absolut akzeptabel vor allem auch mit der nutzung der öpv da sagen wir lage ist top preis leistungsverhältnis kann sich sehen lassen zwei daumen wir waren schon mal hier würden auch wieder kommen ist nicht meine top ten liste aber nah dran also von daher danke lieber betreiber liebe gemeinde psport für diesen wunderbaren unmobil stellplatz und noch mal viele grüße an den armen unter aller drei rackern bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal